Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Chrome. Sicherheitslücke durch Gesten ausgenutzt. Sicherheitslücke bei Google Chrome, Sandbox-Abschottung durch spezifische Gesten durchführbar. Es gibt immer wieder Berichte von Sicherheitsproblemen bei verschiedenen Technologien. Und Google Chrome ist keine Ausnahme. Eine neue potenzielle Sicherheitslücke bei Google Chrome wurde entdeckt, durch die es möglich sein könnte, die Sandbox-Abschottung des Browsers zu umgehen. Dies könnte dazu führen, dass unberechtigte Personen Zugang zu vertraulichen Informationen erhalten. Die Sandbox-Abschottung ist ein Sicherheitsmechanismus, der in vielen modernen Webbrowsern eingesetzt wird, um schädliche oder unsichere Aktionen einzuschränken. Durch das Isolieren solcher Aktivitäten in einer Sandbox kann verhindert werden, dass sie sich auf andere Bereiche des Systems auswirken. Allerdings hat eine kürzlich durchgeführte Untersuchung ergeben, dass bestimmte Gesten, die ein Benutzer ausführt, dazu führen könnten, dass diese Sandbox-Abschottung in Google Chrome umgangen wird. Dies bedeutet, dass potenziell schädliche Aktionen auf andere Bereiche des Systems übergreifen könnten, was ein großes Sicherheitsrisiko darstellt. Eine genaue Beschreibung der Gesten, die dazu führen könnten, die Sandbox-Abschottung zu umgehen, wurde nicht veröffentlicht, um potenziellen Hackern nicht zu helfen. Dennoch ist das Bewusstsein für dieses Problem extrem wichtig, da es sich um eine ernsthafte Sicherheitslücke handelt. Google hat inzwischen auf die Meldung reagiert und hat versprochen, das Problem so bald wie möglich zu beheben. Bis dahin sollten die Benutzer allerdings aufmerksam sein und vorsichtig mit den Informationen umgehen, die sie in ihrem Browser eingeben. Betrachtet man die Tatsache, dass Google Chrome einer der am weitesten verbreiteten Webbrowser der Welt ist, ist das Potenzial für eine großflächige Ausnutzung dieser Sicherheitslücke sehr hoch. Daher sollten alle Benutzer sicherstellen, dass sie ihren Browser regelmäßig aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie die neuesten Sicherheits-Patches und Updates erhalten. Dieser Bericht ist nur ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig es ist, dass wir uns alle bewusst sind und uns über die potenziellen Sicherheitsrisiken bewusst sind, die mit der Nutzung von Technologie verbunden sind. Es ist entscheidend, dass wir alle Verantwortung für unsere eigene Sicherheit übernehmen und alles tun, um uns vor solchen Risiken zu schützen. Autor Anita Farke, Donnerstag, 11. April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.